Yo, Alex, alles klar? Ich gebe dir jetzt einen Grund, warum wir Bock haben, wieder zu den Studios zu kommen. Und zwar einfach, weil es mega geil war bei dir. Und auch mega, mit dem wir Ergebnis zufrieden waren. Damit wir wieder Netflix auf deinem Sofa schauen können. Weil die Nachbarin hat uns echt geliebt und die wird uns sich echt freuen, das Video zu sehen. So, der nächste Grund ist, dass wir zur Zeit so oder so an der EP arbeiten, die natürlich dann noch zeitnah rauskommen soll. Genau, und deshalb hoffen wir, dass wir gewinnen können und dass wir dann zu dir ins Studio dürfen, um nochmal aufzunehmen. Die Ukulele, ich habe sie geliebt. Und ich würde einfach gerne wiederkommen, wieder ein bisschen Ukulele spielen, ein bisschen Akustik passt. Und einfach wieder Spaß haben mit dir. Und dann können wir da was Geiles draus machen. Neuer Song, geil.